Ah, 21 NCB Qualifikation Ich bin nicht so ein harter Gangster wie die anderen Teilnehmer Dafür hab ich wenigstens ein ordentliches Reimschema Ich zieh Haze aus dem Bonkopf, mit dem ich dich ansmog Währenddessen machst du in deinem Kinderzimmer ein aufs Sport, Sport, Gunshot Zu viele Leute wollen seinen Style imitieren, aber sollten es mal lieber mit nem eigenen probieren Das ist ein Battle Es geht hier um Punchlines, es geht nicht um das Geld oder die Bekanntheit Jede Runde wird Entertainment geliefert, auch wenn man nicht wirklich mit seinem Gegner biefert Guck, für meine Gegner geht es steil, bergab, Skifahrt Spits und Wortspiele kann ich auch, ich werde Tunes Auto-Tune Danach hört sich alles in seinem Auto an wie Auto-Tune Ich bin der Beste hier, verdammt, du laberst über Ghetto-Cash Leider hängen deine Sätze nicht zusammen Savas, Echo, Fresh, ich frag mich, warum soll ich eigentlich weiter texten Wenn meine Gegner diese Lines einfach nicht checken Ich werd bei niemandem battlen, muss nicht sein Die Leute sind wie Tramper, sie zeigen mir ihren Daumen von ganz allein Was im Sinn für Pussys, was sollte man ne Battle nicht haben dürfen Du hast keine Maske, jeder hasst dich, ich kann trotz Maske sympathisch wirken Schon krass, was diese Kiddies im Battle für schlimme Worte sagen dürfen Ich frag mich, was eure Eltern dazu sagen würden Ich bin 21, hier wird nicht gebattelt, Junge Wenn ich durch das User-Vote, hol ich mir durch Rap die Punkte Zurzeit wird jedes Scheiß-Battle abgesagt Weil die Jury keinen Bock oder keine Ahnung hat NCB, ich hol mir die Krone Ziehe die Gun, Visiran schießt auf dich mit meiner letzten Patrone Für die anderen ist der Rap nix mehr wert Solang ihnen der Sieg 100 Euro beschert Ok Ok